Wo findet die Kinder-Uni statt? In der Aula der Hochschule Esslingen am Campus Göppingen. Immer mittwochs um 16 Uhr, jeden zweiten Mittwoch im Monat. Wir freuen uns auf euch! Liebe Kinder, herzlich willkommen zur Kinder-Uni der Hochschule Esslingen am Campus Göppingen. Ich bin Professorin Simone Zeuchner und leite die Kinder-Uni. Seit acht Jahren haben wir immer wieder super spannende Vorträge, an denen ihr wie wichtige Studenten an der Hochschule studieren könnt. Dazu meldet ihr euch über unsere Webseite an und bekommt dann auch ein Studienbuch, wo wir genau nachhalten werden, ob ihr an den Vorlesungen teilgenommen habt. Und das dürft ihr dann auch behalten. Wir freuen uns auf euch! Was erwartet uns im Wintersemester 2021-2022 an der Kinder-Uni der Hochschule Esslingen in Göppingen? Wir haben das Thema die abenteuerliche Reise der Mikroben von Frau Professorin Ursula Obst aus dem Karlsruher Institute of Technology auf der Agenda. Dann stellen wir uns die Frage, wo hört Spaß auf und fängt Diskriminierung an? Dazu haben wir Françoise Wieser von Amnesty International eingeladen. Dann beschäftigen wir uns mit dem Thema von Kühen, Bauern und dem Internet der Dinge. Dazu haben wir Rolf Egli von der Firma Microsoft eingeladen. Und dann gibt es noch die Frage, gibt es Außerirdische? Die Suche nach Leben im Weltall. Und dazu kommt Thomas Eimüller, Professor an der Hochschule Kempten, zu uns. Wir sind gespannt auf die Vorträge und freuen uns auf eure Mitarbeit. Wir sind gespannt auf die Vorträge.